Die Tipp besser. Der Hund ist komplett nutzlos. Der Hund ist in dem Szenario komplett nutzlos. Aber komplett. Der ist so nett, der Hund in dem Fall. Immer diese scheiß Dinger da, Alter. Immer diese scheiß Dinger. Aber wenn ich mich immer wieder auf die Dinger da konzentriere, habe ich es wenigstens ein bisschen anverkauft. Scheiße, falsche Seite. Ja, 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 da geht es dann eh wieder. Da geht es dann eh. Jetzt sollte ich normalerweise dann eh Standort wechseln. Lauf, 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 lauf. Irgendwann ist mir da auch gekommen. Passt, da ist wenigstens Munition. Puh. Puh, 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 puh. Du bist... Ist eigentlich wurscht, wo er ist. Irgendwann jetzt... Nein, ist nicht wurscht. Komm schon. Nein, das kann nicht so sein. Jetzt jedes Mal oder was. Fick gern. Einmal, zweimal, dreimal. Füß. Laufen damit, wenn ich sie. Aber ganz, ganz schnell. Das treibt uns wieder die Dinger. Nein, fall nicht immer runter. Alter. Scheiß auf den Hund, Alter. Scheiß Bastardköter, Alter. Gib ihm jetzt endlich ein Gescheide. Gibt's ja nicht. Du hins kugeln, Alter. Deine Mutter... Nein, deine Mutter ist da drin. Scheiße. Arschloch. Ich muss mich bewegen, wie die, die depperten Dinger da. Jedes Mal. Ah, das ist eh schon los. Am Anfang so gut. Am Anfang so gut gewesen. Und jetzt... ...kompletten Arsch. Alter, wie viele Dinge sind da, Alter. Da, komm. Es ist unnötig, dass du wieder ab... ...dass du die beiden, Alter. Darf geschießen. Echt drauf geschießen. Scheiße, jetzt schon drauf. Der Hund ist komplett unnötig, Alter. Der Hund ist der größte Hurensohn, Alter. In dem Game, Alter. Vorher noch gefeiert, Alter. Jetzt, Alter. Was mache ich mit dem scheiß Bastardköter? Ja, das ist alles. Ich wollte was ausprobieren. Ich kann das nicht mehr ausprobieren. Ah, das ist gut. Überleg. Einmal probiere ich es noch, weil dann wollte ich es sowieso mal kurz ein bisschen wieder sacken lassen. Einmal probiere ich es noch. So, na, jetzt schön langsam. Aufpassen am Boden, ja, und wieder gehen. Jetzt lauf, bewegt dich ein bisschen, bewegt dich ein bisschen, bewegt dich ein bisschen. Ja, ja, jetzt kommt der Laser. Nicht der! Denne Mutter! Ah! Denne Mutter! Der ist so unnötig! Scheiß Bastard! Der ist so unnötig! Der ist so unnötig! Aber jetzt ganz schnell! Aber jetzt ganz, ganz schnell! Wie ist eine E-Legendige? Der ist so unnötig! Jetzt kann man sich nicht mehr vollständig heilen! Das ist so unnötig! Der ist so unnötig! Ich weiß nicht, auf was ich mehr Hass bin! Auf den Hund oder auf den eigentlichen Boss! Ich weiß nicht! Der Hund ist so unnötig! So dermaßen unnötig! Boah! Aber so dermaßen unnötig! Ich habe auch kurz einmal überlegt gehabt, was wäre, aber ich glaube die kommen immer wieder, aber was wäre, wenn man sich nicht auf oben einmal konzentrieren, sondern erstmal auf unten, auf die ganzen Dinge, was unten sind, dass er vielleicht quasi der Hund als Ableckung dienen könnte! Aber wir haben so viele Gegner da unten! Da war es nicht! Das ist das! Das war sie nicht! Das war sie nicht! Das ist die gefährliche Nummer! Das war sie leider nicht! Das kennt das Zeit! Das kennt das echt Zeit! Wenn es nur die eine Kugel wäre, wäre ich schon easy, easy fertig! Wenn ich schon längst werde, sonst die eine Kugel wäre! Aber diese zwei, die sind so dermaßen unsympathisch pro 10! Das ist wirklich ein Worte, das Gebäude! Ja! Ja! Das wär jetzt echt nicht schön. Aha! Einfach mal kurz in die Hand nehmen, Scheiße. Müser. Er ist da. Ah, okay. Jetzt sind schon wieder die zwei dazugekommen. Nicht schon wieder diese Scheißkugel. Nicht schon wieder. Weg damit. Es ist eigentlich im Prinzip eh immer nur dieses Links-Rechts-Prinzip. Für was schüsse ich den Scheißkugel? Für was? Für das, dass der wieder unnötig ist. Schau, ich kriege ja nicht einmal die Chance, dass ich den Auber abschissen kann. Mhm. Sie zeigen eh. Sie zeigen eh. Sie zeigen eh. Sie zeigen sie eh an. Also sie sind nicht so große Arschlöcher. Nur ein bisschen. Nur kleine Arschlöcher sind sie. Schau. So, jetzt ist wieder Sammelaktion. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen beginnen zum Sammeln. Ich glaube jetzt ab. Ich habe jetzt ab. Ich ungefähr. Jetzt glaube ich habe ich ein bisschen so den Dreh raus. Ich muss draufpassen, dass ich nicht dabei kapiert. Sicher, sicher. Ja, das war jetzt ab. Ah, das war scheiße jetzt. Das war ich durch die Scheiße. Guter Start. Das war ein guter Start jetzt. Ja, das verflott war ich mit die Scheiße. Ja, das verflott war ich mit die Scheiße. Jetzt Heilung. Egal wie. Egal wie jetzt Heilung. Der ist jetzt lang geblieben. Der ist jetzt echt lang geblieben. Hallo. Oh total Cute. This is her at it. Diese Scheiß-Zweiß-Kugel da immer. Immer diese Scheiß-Zweiß-Kugel. Das ist nicht gut. Wart mal. Ein bisschen konzentrieren noch. Ein bisschen abwarten, damit wir wieder ein bisschen Feuer haben. Was macht er? Was macht er? Bist er komplett deppert gewesen jetzt? D-bomb! 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 Für dich! Für dich! Aber nicht für mich! Ich habe wieder gelitten! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Scheiße! Ich habe mal wieder gelitten des Todes und er lacht zu ihren Achsen aus. Haha, er hat wieder 60 Euro ausgegeben. Ja, Mann! Zum Leiden! Oh, Shit! Hast du es da gar nicht so bestellt gehabt? Kauft, kommt online. So, in welche Richtung wollen wir jetzt wieder gehen? Was ist denn das eigentlich nochmal?